Und damit willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Mir ist vorhin aufgefallen, dass wir einige Charaktere ein bisschen vernachlässigt haben, einschließlich Dr. Chakwas, die wir jetzt leider nicht mehr bekommen können. Und deshalb werden wir heute mal die ganzen übrigen Nebenquests machen, mit den Charakteren reden und noch ein bisschen Hauptstory machen, allerdings nur bis kurz vor dem Ende, weil ich dann... Ja, jedenfalls, weil ich danach natürlich noch den Citadel DLC einbringen will. Es ist schwer für eine technologisch größte Kraft zu werden, um einen inferiorsten zu werden. Ja, also jetzt all wir brauchen ist eine Kugel, die Thresher-Maws firet. Das war eine Worte. Ich bin sorry, Shepard. Ich war es contemplatieren. Die Reapers sind mehr Falleber als sie Proclaim. Und zwar die besten Worte, der von Tuchunko wurde verletzt, von einem Worm. Das hat mich verletzt, um die Probabilität der Zeit, bevor ich nicht funktionierde bin. Du bist Angst, um zu sterben? In einer Art. Meine Processungskraft ist verletzt mit Calculationen, um uns zu helfen, um die Reapers zu schützen. Aber ich kann solche Situationen mit dem Rest der Crew. Was immer es möchte. Es ist nicht so unterschiedlich von Organic Life. Ein freiwilliges Synthetik wählt, was es will. Aber der Grund der Organic Life ist, sich lange genug zu verletzen, um seine Kopien von ihren Genen in der geliebenden Generationen zu verletzen. Mein Grund ist nicht so klar. The other successful Synthetik lifeforms that I have examined for comparison are the Geph. And the Reapers. Reproduktion isn't all there is. We find meaning in the work we do. Good deeds we accomplish. Love. I see. I will search my files on the biographies of humans to see if prominent figures follow the pattern you suggest. It appears many humans did in fact do so. That was quick. Gotta love quantum computing. Shepard, I will alter my processing power to give priority to your stated goals. Duty, altruism, love. Wait, wait, you're just gonna turn yourself good? Can you do that? It should take some time. If I have further questions, I will speak with you again. Thank you. Bitteschön. So, was ist mit mir hier? Commander, nice to see you again. How are you settling in, trainer? I actually feel somewhat useful. It's been challenging to integrate data feeds for the war summit. How are the systems holding? Well, I'm glad we performed stress tests. Specialist trainer has been extremely helpful. The accuracy of our war room data is a direct result of her work. Thank you, Edie. I'm still getting used to all of this. In the lab, we'd hoard everything. Piles of tech everywhere. Out here, it's like living out of a shoebox. Life on an active ship always feels crowded at first. You'll get used to it. Oh, it's not a bad thing. I've got no problems getting cozy. This is wonderful. Back in the lab, we had to hoard because we had no budget. Now? Edie, Ariakitech uses a proprietary smart processing algorithm that could clean up our long-range data. Can we license it? We can. Analyzing and applying the upgrade now. The algorithm should reduce long-range strategic combat data analysis time by 3%. Impressive. If it means getting the equipment I need, I can quite happily live out of a shoebox. So, Dr. Chuck, was ist leider nicht hier? Das Problem ist, man kann sie am Anfang aus dem Krankenhaushalt holen, aber ich hab die gerade überhaupt nicht gesehen. Ist hier irgendwas sinnvolles? Do you want any new engineers for the Crucible, Glyph? Five ex-Sonax Industries scientists who attempted to reverse-engineer Prothean technology stolen from planet Garvok. They are technically still wanted by the Council for hiding Prothean technology. As well, Sonax is part in instigating an illegal war on Garvok. I'm sure the Council will forgive that for helping with the Crucible. Extend those scientists' amnesty and an invitation. Right away. Ist hier irgendwas? Nein. Was haben sie geholt? Ja, du auch. Schöpferd, never a dull moment when the Normandies on tour, is there? Any word from Palafin? Some, and I don't like what I'm hearing. The Krogan are there, in force, but they're just slowing the Reapers down, not stopping them. I'm not sure it's going to be enough. You hear anything from your family? But I did hear from Primark Victus. He wanted my advice on fleet strength when the Crucible is ready. Still can't get used to people asking me things like that. Was haben sie ihm gesagt? What did you say? I said, at some point we're going to have to decide if our fleets keep defending Palavin or we go on the offensive. Can't do both? Not with the beating we're taking. Like I said, not the sort of questions I'm used to answering. You know what you're doing, Garrus. Trust me, everyone can see that. Maybe. But you spend so much time on the outside trying to get in, and when you do, it's... not what I expected. How so? All the questions, and every one of them with a million lives riding on the answer. You do the best you can with what you know. It's no different than your days at C-Sec. You're right. Though I'm starting to understand why the galaxy needs cold-hearted dictators every now and then. They get things done? Also, they don't give a damn about the consequences. Suppose that's what it's going to take, Shepard. The ruthless calculus of war. 10 billion people over here die, so 20 billion over there can live. Are we up for that? Are you? If all life in the galaxy vanished, because we hesitate, what choice do we have? This is going to be a rough war. Und der Tigel ist unsere einzige Hoffnung. Ähm. Hab ich jetzt... Ah, nee. Kaidan müssen wir... Das muss jetzt nicht sein. Ja, toll. Du hast auch nichts Sinnvolles zu sagen, oder? Ja. Do you ever think about when we were abducted by... No, I don't. Me neither. Can't be. No. I guess that's right. Hey, Tally. How's it going? Oh, sorry. I didn't hear you. I just got communication from the fleet. Sorry. From Rannoch. In the old days, I'd send any new technology I found back to the fleet. I should probably be doing that with the agriculture samples now. I don't know anything about raising crops. How are your people doing? It's crazy. The Geth are... Helping. Setting up housing. Adapting power systems. They are doing in weeks what would have taken us years. Geth are even uploading into the suits of Quarian volunteers. They are rewriting environmental functions. Jumpstarting our immune systems. Das ist erstaunlich. So the Quarians won't have to wear those suits anymore? It doesn't seem possible, but... Yes. In a few years, with Geth improvements, we won't need them. We might still wear them. The suits have become part of our society. But a rupture won't be a death sentence. Today, on Rannoch, there are Quarian children who will grow up healthy and strong. Thanks to the Geth. They owe that to you? No. I'd have killed the Geth with no regrets. And I'd have been wrong. Thank you. Anytime. Just let me know if you let a Geth upload itself in there. Ach ja, das gibt's ja auch noch. Ich zeig euch das kurz. Übrigens kann offenbar jeder in mein Quartier rein. Okay. Ja, aber ich hab doch das Schachbett mitgenommen. Da, genau. Sorry, aber dieses Bild ist einfach schrecklich. Die haben einfach so von wegen, oh scheiße, wir müssen noch ein Bild von Tali reinmachen. Wir gehen mal auf Google Bilder, schmeißen ein paar Filter drauf und dann kommt sowas raus. Abgesehen davon frage ich mich, wer das Foto gemacht hat und wann hat Tali überhaupt ihren Anzug abgelegt dafür, dass sie das Foto machen konnte. Und wenn sie das getan hat, dann, wenn ja gut von ihr, so den Anzug abzulegen ist ja für die Quarianer schon eine Vertrauenssache, weil, ne? Das heißt, ihr Vater tot ist, ihre Mutter anscheinend, wenn ich mich richtig erinnere, auch. Jedenfalls wurde sie nie erwähnt. Ich glaub, wenn sie erwähnt wurde, dann halt, dass sie tot ist. Und ansonsten, wie viele Freunde hat sie, denen sie so weit vertraut? Also wenn, dann hätte ich ja wohl in dem Fall meinen Freund gefragt, das Foto zu machen, vor allem weil er diesen Frieden ermöglicht hat. Aber gut. Oh glaub mir, wenn ich mit den Reapern fertig bin, sind die Leviathans als nächstes dran. Das wird dann wohl erst später getan. Aber mir ist nämlich, ähm, mir ist das schon länger aufgefallen, dass das, ja, interessiert mich nicht, dass es auf der City noch eine Mission gibt, die wir noch machen müssen. Aber ich wusste nicht, wie man die triggert. Aber ich weiß jetzt, wie es geht. So, Treibstoff? Gibt's so was hier? So, Treibstoff? So und zwar Hä? Bin ich jetzt doof? Ich bin gerade leicht verwirrt. So, Samara ist irgendwo hier, dann sprechen wir mal kurz mit ihr. Samara ist... falsche Richtung. So... Was sagst du denn zum Thema Reaper? So... Dritten? Ja gut, okay, der absolut erzählt nicht. Der geht auf Karlos Konto. So, die Botschaftssache vielleicht... eigentlich, aber nicht. Also ich meine eigentlich, es müsste in der Andockbucht gewesen sein. Oder ich habe wieder Norman die Bucht mit dem anderen Ding verwechselt. Cerberus hat ihre Cyphers verändert, und unsere Code-Breakers nicht mehr zu kommen. Ich habe unsere beste Team gearbeitet, mit Schildern. Ich habe auch schon gehört. Das war's! ...attemptive sabotage at the dome city of Siamu was thwarted by Calisthonian Defense Forces. Security Master General Atrius Tarn credits the timely action to a tip-off from a maintenance worker. Tarn has come under recent criticism for his creation of a German council for Calisthus here. Please double-check all the responses to ensure that classified data is kept private. So, the Krankenhaus Purgatory. Spectrum status recognized. Please select a destination. One moment, please. Ich bin mir sicher, ob ich überhaupt mit irgendwen sprechen muss, oder ob das reicht, wenn ich von der richtigen Person vorbeilaufe. Ich verstehe, dass Palabin sehr nahe, aber das ist ein von deinen eigenen Generalen. Er wurde mit einem Pfeifen von einem Serberischen Soldaten während der Attacken der Stadt. Wir können nicht identifizieren. Wir müssen den Abstand beendet werden. Die Welt der Reeper-Forsen sind aus der Abstand. Die Reeper-Forsen sind aus der Abstand. Ein Moment, bitte. Jetzt in der Abstand, E24. Die Galaxie braucht die Behandlung. Das muss ja irgendwo sein. Hier? Ja. Na gut, dann sehen wir uns mal hier ein bisschen um.